Je nachdem. Irgendwas zum Anhängen. Ich erkläre denen das einfach, was das ist. Die werden sich bestimmt auch gut damit auskennen. Boah, der hat... Warte mal, der hat einen K-Schuss und vier normale Schüsse überstanden? Nee, oder? Nee. Das ist ja mal krass. Ach, der hat eine Dreierweste. Okay, dann macht das schon mehr Sinn. Der hat die AUG. Oh, der hat die AUG. Und die M24. Heilige Mutter Maria. Hm. Hm. Ich mag diese neue Animation nicht, wenn der so die Waffe nachlädt. Finde ich nicht gut. Aber das wackelt so. Merizit! Hallo Merizit! Dankeschön! Hey du! Dank dir für die vier Monate. Ey. Und hallo, grüß dich auch. Der hat auch die M24. Was zum... Wieso haben die alle hier solche tollen Waffen? Alle mit High-End-Loot dabei. Tja, wie komme ich jetzt in die Zone? Okay, ich müsste eigentlich nur am Rand langlaufen. Die Auge ist wirklich OP, muss man sagen. Die ist wirklich sehr, sehr krass. Also auch vom Rückstoß her, finde ich... Die hat eigentlich nur vertikalen Rückstoß. Meiner Meinung nach. Horizontal kann man echt vernachlässigen. 35 Sekunden noch. Wie viele Boosts habe ich denn? Ich könnte mich eigentlich einmal vollboosten hier. Lass das mal machen. Mh. Wir müssen solche Spiele eindeutig verbieten. Das kann kein Freizeitvergnügen sein. Auf weitere Monate in der Löffelmafia. Habt ihr euch alle... Habt ihr euch alle geeinigt auf irgendeinen Tag oder so? Dankeschön. Vielen Dank für die zwei Monate bei dir. Hey. Willkommen zurück, du. In der Löffelmafia. Hm. Heute ist Subday, ja. Subday. Das war der Nachteil, wenn du hier so weit oben bist, aber... Auch ein Vorteil. Ich glaube, ich nehme seinen Dreierhelm hier. Warte mal, das war nicht der, den ich gekillt habe, oder? Nee. Dein Dreier wirst, ist leider auch schon so gut wie für einen Arsch. Wobei ich die eigentlich fast nehmen würde. Warte mal. Wer hat er die denn? Ah, die ist schon sehr schlecht eigentlich. Granaten könnte ich noch mitnehmen. Hm. Die wollten mir nur mein Bett finanzieren. Also ein bisschen aufgeregt bin ich ja jetzt schon. Ich weiß halt nicht, ob hier einer oben ist. Da noch irgendwelche Sniper-Attachments. Nee, ne. Leider nicht. Also ich würde schon gerne irgendwie hier die Kirche einnehmen. Das wäre perfekt, wenn ich das schaffen könnte. Aber es ist halt wirklich wahrscheinlich schwer jetzt, wenn hier einer irgendwo drin ist. Na komm, wir probieren es. No rest, no fun. Hier ist einer. Die haben das hier verändert. Die haben die Ecke hier campbarer gemacht. Krass. Übrigens bohren die immer noch. Jetzt sind schon gut 10 Stunden, die gebohren werden. Ja. 10 Stunden bohren. Gut, dass ich die Kopfhörer auf habe und nicht so viel davon mitbekomme. Aber so ein bisschen höre ich es trotzdem immer noch. Mal arbeiten bis später. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange du arbeitest, Wundertüte. Also später werde ich wahrscheinlich nicht mehr da sein. Nein! Was? Wow, der Typ, ne? Dass der das überlebt hat. Dafür hat er gleich mal eine Schelle bekommen. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange du das überlebt hast. Hmm. Er ist hier irgendwo am Haus dran. Okay. Ah, was ist denn mit dem Scope los? Dieses Scope. GG. Das war's.